So, wir machen weiter. Oh, die Aufnahme läuft, baby. Geh mir noch ein Bier holen. Bei Among Us. Und jetzt, wir bleiben bei einem Imposter, weil die Gefahr besteht, dass Ricardo ab und zu rausfliegt. Deswegen lassen wir das bei einem Imposter. Und der wird sich jetzt auch entsprechend um uns kümmern. Wir lassen das bei einem Imposter. Ich kümmer mich um euch. Ich bete zu Gott. Ich möchte endlich auch mal Imposter sein. Ich bin es jedenfalls schon mal nicht. Bin ich jetzt mal eine Rolle? Jawohl, ich darf jetzt einmal Schächte nutzen. Nice. Keine Ahnung, ob ich das jeweils tun werde. Jo, da hat einer direkt einen Schacht genutzt. Das heißt, der ist genauso dings. Witzig. Wahrscheinlich sind jetzt einfach alle Ingenieur oder sowas. Gut, ich bin kein Ingenieur mehr. Stabil. Das ging fix. Hätte ich gesagt. Aber gut, dann machen wir einfach die Tasks. Ist doch auch schön. Guck mal, ich habe hier immer noch Schacht. Das ist toll. Ich kann immer noch wenden. Ach ja. Das war ein sehr kurzes Ja, gut. Ah, Conan ist es immerhin mal nicht. Okay. Ich bin es immerhin mal nicht. Also ich bin der Ingenieur und ich bin gerade von Weapons nach Navigation in Navigation in Laconnen. Cyanot ist es. Ja, ja. Du bist aus Admin rausgewandet. Das ist richtig. Ich bin aus Admin rausgewandet. Ich bin aus Admin rausgewandet. Ich bin aus Admin nach Cafeteria gewandet. Habe dann in Cafeteria das Müll entladen gemacht und habe Binde nach Weapons gegangen. Habe in Weapons das Astroiden-Ding gemacht. Dann war mein Cooldown wieder abgelaufen. Nein, der Cooldown ist länger. Du hast 20 Sekunden Cooldown. Der Cooldown ist 30 Sekunden und ich stand alleine irgendwie 15, 20 Sekunden mindestens an den Astroiden. Du hast Conan in Navigation in Laconnen. Genau. Also ich hatte, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand ja, oder mach du zuerst Regi, alles gut. Außer es war ein Formwandler, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich war gerade in Admin, war mit mir hier Jan, also wer hier Jan heißt oder Conan. Es war irgendwas Niedernes, aber ich habe es nicht mal ganz gesehen. Also ich war es auf jeden Fall nicht. Also dann hat sich der Imposter ziemlich verkleidet. Ich war nämlich mit Dani erstmal kurz runden unterwegs und dann gleich bei Electrical alleine. Und ich war nicht in Admin. Wann warst du in Electrical? In Electrical musst du zum Schluss gewesen sein. Was machst du? Was machst du immer noch in Admin? Meinst du jetzt nicht? Wir waren vor fünf Minuten in Admin. Okay, nichts mehr Minuten, so eine halbe Stunde. Um den Punkt auch ganz kurz anzuführen, nicht, dass das eine große Bedeutung haben muss, aber weil Xehan meinte, er hat zweimal einen Cooldown geschafft mit dem Vent. Ich bin auch Ingenieur, das hat man vielleicht am Anfang gesehen. Und ich habe gerade... Ah, das hat man. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass alle eine Rolle haben. Ja, save. Jedenfalls... Richtigerweise war ich auch Ingenieur, ja. Den Wender habe ich benutzt und ich konnte gerade so vielleicht zehn Sekunden, wenn überhaupt, bevor der Report kam von Xehan, konnte ich erst wieder wenden. Also die Runde war insgesamt, die war halt vielleicht 40, 50, 60 Sekunden. Korrekt. Ich habe auch quasi direkt am Anfang der Runde einmal gewendet und quasi mein Cooldown war unmittelbar, bevor ich das zweite Mal gewendet bin, erst abgelaufen. Also ich stand quasi vielleicht auch noch eine Sekunde auf dem Vent rum, während ich gewartet habe, dass der Cooldown ausläuft. Ja, okay. Und du meintest, du bist als erstes von... Wer hat nochmal gesagt, wer war in Electrical als letztes? Aber ist auch krass, ne? Ich war als letztes... Ein fünftel Wahrscheinlichkeit für jeden Spieler und wir haben ganz viele... Wann war das? Ich wollte ja mich raus... Inspektor. Hast du mich nicht gesehen, als ich aus Electrical rausgekommen bin? Aber deshalb ist schon der Report geploppt. Hast du mich nicht gesehen, als ich aus Electrical rausgekommen bin? Doch, ich hab dich gesehen. Also Riccardo? Ja. Ich hab... Also... Ja, du bist rausgegangen, Donald. Und da waren keine Leiche. Deswegen. Also Electrical gab keine Leiche. Riccardo, du warst nie in Admin, sagst du? Was? Du sagst, du warst nie in Admin? Doch, ich war in Admin. Okay, okay. Dann kann ich mir nicht sicher sein. Okay. Ich hab auch Donald gesehen. Den einzigen, den ich nicht gesehen habe, waren Rob Yu und C. Aber ich skipp jetzt. Also gekillt hat mich ja ein Rob Yu, aber die Frage ist halt, ob der vormwandeln kann. Na, das ist das Ding. Oh, Jan hat's schon sein Schuldig. Ich trau dem Cooldown noch nicht. Ich würd mal zu ja noch aufpassen. Der Cooldown ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Also ich meine, er könnte halt sich verwandelt haben, ne? Das ist das Ding. Keine Ahnung. Aber interessant. Ich hab übrigens rausgefunden, was das Achievement ist, wo ich vorhin gesagt hab, ich hab hier ein Achievement bekommen, unmöglich auf. Ja, genau. Nämlich, dass man beim ersten Mal die Karte durchziehen schafft. Das gibt ein Achievement einfach. Voll lustig. So. Oh, hier waren wir schon lange nicht mehr. Das hat man heute noch gar nicht. Kann ich da mit Müllrejektor-Dings? Weiß ich gar nicht. Kann ich das als Geist? Wenn ich das schon als Pfeil kriege... Okay, die haben sich drum gekümmert. Ich glaub, ich kann es als Geist, oder? Ich bin mir nicht sicher. Auch egal. Juckt. So. Ach, das ist der Quatsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Perfekt. Und dann haben wir noch Navigate schon. Und dann war's das. Wir haben heute noch nie über die Tasks gewonnen. Fällt mir gerade ein. Oh, das ist jetzt wieder einer, wo man mehr machen muss. Zack, Nummer eins. Und jetzt geht's... Ach, nee, das war's. Ja, dann machen wir das Licht wieder an, wenn es scheinbar aus ist. Ich mach schon. Oh, okay, ihr macht schon. Ja, dann hab ich jetzt nichts mehr zu tun. Jetzt kann ich Robchoo verfolgen und gucken, ob es wirklich Rob... Easy. Also Rob, ihr hört das. Ich glaub, wir müssen die Tasks in den Tasks... Kein Robchoo vorm Mann, sondern ein echter Robchoo diesmal. Oh, Tatsache. Oh ja, das ist richtig. Aber wir sollten die Tasks auf jeden Fall hochstellen, würde ich sagen. Das ging jetzt ein bisschen sehr schnell, ja. Das ist wirklich einfach. Wenn Riccardo sicher drin war, können wir auch... Allerdings haben jetzt alle erst mal über Tasks gewonnen. Ich hab gerade noch zu meinen Zuschauern gesagt, wir haben noch nie über Tasks gewonnen und dann gewinnen wir. Ich hab gerade auch das Achievement dafür bekommen. Ja. Ja, same. Aber wollen wir tatsächlich mal zwei Impostor... Das ist der einzige halbwegs Verhächtige weg gewesen. Wollen wir mal zwei Impostor jetzt probieren, Alter? Jetzt ist Riccardo raus. Ach nee, wirklich? Ich hab meine letzte Task gemacht und dann ist das Fenster geschlossen. Aber es ist gar nicht die Verbindung, es ist dein iPad oder was, was das beendet. Nein, das liegt... Keine Ahnung. Das ist einfach ein schlechtes Spiel. Dann guck auf deinem PC und installier, während du noch eine Runde spielst. Guck auf deinem PC, ob du es im Epic Games Store hast, weil, ähm... Ja. Sonst kriegst du es gleich fünfmal gegiftet auf Steam. Eben. Sechsmal. 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 Du. Dann say no more, dann kriegst du es halt jetzt auf Steam. Nein, nein, dann komm. Warte. Warte. Vorher Album und dann im Kopf, dass ich es lieber selber. Von mir auch. Warte kurz, warte. Wehe, dass ihr jetzt irgendwie unnötig Geld ausgibt. Für so'n... Ach, Geld ausgeben. Junge, das sind drei Euro. Geld ausgeben. Die haben genug Geld. Weißt du, wie... So, dann würde ich ja... Dann kannst du für den ja auch klauen. Wie ein besagter Wirtschaftslehrer... Also wenn ihr genug Geld habt, ich gebe euch kurz meine Paypal-Adresse. Ich, äh... Hab genug Geld. Das Geld muss in die Wirtschaft. Nicht mal, äh... Nicht mal, Herr Lehrer? Genau, wir sagen jetzt, alle unsere Paypal-Adresse im Stream mit Passwort. Okay. Um jemandem Geld zu schicken, brauchst du nicht dem sein Passwort. So, ich... Hä? So funktioniert das nicht. Das behaupten... Hä? Das behaupten die bei Ebay aber immer von mir. Ja. Ich hab auch gerade wieder so'ne Mail bekommen, wo das drinsteht. Ja. Ich hab schon aus so vielen Seiten der Union Besucher, unfassbar. Ich hab schon so viel Geld dadurch bekommen. Nice. Habt ihr auch so viele Verwandte in Afrika? Nein, okay. Ähm... Wow, Colin. Ich glaub, da bist du in anderen Rund-Mails. Ich glaub, die sind wirklich ernst gemeint. Ach so. Nigeria hat auch echt viele Prinzen anscheinend. Auf jeden Fall. Okay, ähm... Wir starten mal die nächste Runde. Warte, warte. Ich möchte mich kurz einloggen. Okay, wir loggen erst Ricardo ein und dann starten wir die nächste Runde. Warte, ktd. Ynf. Richtig. Eigentlich sollte ich's auswendig kennen, weil ich das nach jeder Runde immer eingetippen muss. Das ist übrigens auch Ricardos Paypal-Passwort. Du installierst es jetzt gerade auf deinem PC über Epic. Ich muss erst mal meinen PC rumfahren. Ähm... Sonst... Sonst... Sonst können wir einfach die nächste Runde nicht starten. Wir wollen ja gar keinen Druck aufbauen. Ich mach das ja jetzt hier. Ich mach das parallel. Während... Ich installier das, während wir im Call sind. Dann losgehen. Ricardos macht jetzt drei Sachen parallel. Er startet seinen in den PC, er spielt eine Runde mit uns mit und er fliegt auch wieder raus. So. Let's go. Let's fucking go. Ricardos sich jetzt tatsächlich auch das Handy zeichnen, wenn ich in meine Spiegelüste gucke. Spannend. Das ist wirklich spannend. Fuck, Paypal hat noch. Okay. Sorry. Rolle. Schon wieder. Okay. Dem Ingenieur ist nichts zu schwir... Hallo. Außer Müll rausbringen, das kann der Ingenieur nicht mehr. So. Zack. Dann gehen wir gleich zum Upload, dann ist der Quatsch schon mal weg. Jetzt haben wir ja einen Task mehr. Wehe, Robchu. Wehe. Nicht schon wieder. Sag's dir. Sag's dir. Naja, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Okay. Oh, er ist auch weg. Er ist auch weg. Robchu ist weg. Gut. Schups. Ich glaube, ich trau mir... Weiß ich gar nicht. Soll man sich als Ingenieur... Ich meine, wir wissen jetzt ja, dass es Ingenieure gibt und die anderen Ingenieure reporten sich ja auch einfach durch die... Wait! Ich darf endlich mal wieder eine Leiche reporten. Macht das so selten. Ähm, liegt in dem, was ich vorhin Shields genannt habe. Das ist dann Storage, ja? Nee, Communications. Also das ist der Raum links neben Shields. Ja, das ist Communications. Ich habe gesehen, wie vorhin hin und her gevotet ist und ich hatte vorher in meinen Vitals gesehen, dass da jemand ist, der durchgehend da ist. Das passt schon. Genau, ich bin dran vorbeigelaufen und habe gesehen, dass das Ding aufleuchtet. In meinen Vitals, während ich vorm Admin-Panel stehe. Ich dachte, da sieht man nur, ob jemand lebt oder nicht. Ja, ob jemand lebt und nicht und dann stand ich am Admin-Panel, habe geguckt, wer sich nicht bewegt. Wir sind doch alle Ingenieurs. Ja, ja, wir sind... Nee, nee, ich bin auch Wissenschaftler. Ich wollte gerade ein bisschen den Jan in seine Falle tappen lassen, aber es war gar keine Falle. Nee, nee, ich stand halt am Admin-Panel, habe geguckt, wer sich bewegt und wer nicht, weil ich nicht wusste, wie die Leiche ist. Ja, okay. Das heißt, die Leiche war jetzt Communication und Colin hat sie da gefunden. Richtig. Und ich war gerade als Security, ich wollte nämlich ähnlich wie Jan mit meiner tollen Wissenschaftlerfähigkeit... Ach so. Zeit für ein Bier. Nee, da bin ich schrei. Warte, ich hole mir auch eins. Ich wollte dann hochwenden auf Security, aber... Ja, Conan ist es übrigens. Ja. Als ich hochwenden wollte, war es schon vorbei, die Runde. Also ich habe Conan ganz viel wenden gesehen. Ich habe Robio in Security. Hey, du kannst mich überhaupt nicht wenden. Hab ich es gesehen. Ich bin zwar Inspektor oder Ingenieur oder wie das Ding heißt, aber ich kann... Ich habe nicht gewendet. Ja, ja. Okay, also Conan hat die Leiche... Ganz kurz. Wer war denn... Also bist du 90 Prozent, Conan? Jetzt nicht wieder 100 Sekunden in die Scheiße laufen müssen. Scientist. Ich kann wenden. Also ich bin... Das Ding, was wenden kann. Oder Imposter. Imposter. Ja, oder Imposter. Aber ich bin noch nicht mal gewendet. Nein, aber ganz im Ernst, jetzt war wirklich vernünftig drangegangen. Man darf Conan auch sowas nicht fragen. Der weiß doch wirklich nicht, wie das heißt. Wissen wir denn, wie lange die Leiche schon da ist? Nee, oder? Ja. Noch nicht lange. Noch nicht lange. Noch relativ lange. Okay. Ja? Also ich bin... Ich bin... Ich war in der Cafeteria und bin von da Security gegangen. Und in der Cafeteria war die Leiche schon da. Also war es schon eine Leiche. Okay. Ich würde sagen, so 10, 15, 20 Sekunden safe. Wo ist die Leiche? Also Adi war bei mir in der Reaktor. Das ist genau das Securities gegenüber von Reaktor, der Raum mit den Kameras. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Du warst da links. Ja, voll. Okay, Reggie. Das heißt, Reggie war auch links. Und da war noch irgendwer, aber ich weiß nicht mehr wer. Ich nicht. Nee, ich war... Also ich war links mit Rob Yu. Aber... Äh, warst du gar nicht? Doch. Nein. Eher ich... Electrical. Weit ich hätte noch jemanden gesehen, aber von der Zeit... Waren in der Electrical als letztes. Nee, da warst du nicht. Doch. Ich hab dich gesehen. Ich hab jetzt einfach mal Colin gewartet. Ricardo sagt wieder ein... Ricardo, das ist... Vielleicht... Ach, du hast mich vielleicht nicht gesehen, weil du die Task gemacht hast oder so. Aber ich... Du warst nicht. Wie soll ich denn der Task machen, wenn ich ein Poster werden, Ricardo? Ach komm. Rob Yu. Rob Yu trollt. Der war in der Electrical als letztes. Was Rob Yu? Ich bin total verwirrt. Okay. Natürlich. Ich dachte schon, Charles. Ja, genau, ey. Ist klar. Ich wollte dich gleich nochmal, egal was passiert. So, welch Foto nass ist, Colin? So. Colin, tut mir leid. Ich hab zu spät dran gedacht, dass es tatsächlich sein könnte, dass Rob Yu dich auch gewartet hat. Aber ja. Puh. Puh. Okay, Rob Yu macht wieder Trollvotes. Äh, und ich geh jetzt endlich meinen Shield-Task machen, was ich tun wollte. So. Nice. Okay, Rob Yu kann auch wenden. Rob Yu kann auch. Jetzt hab ich da alle drei da oben. Aber das Wenden alleine reicht halt nicht mehr zwingend aus, ne? Das ist das Ding. Aber auch ein Imposter kann halt jetzt sozusagen ganz offensichtlich einfach wenden. Das ist schon interessant. Ah, wie ging denn dieser Blödsinn wieder? Ich kann es immer nicht. Was muss ich denn machen? Ach so. Jedes Mal mach ich das falsch, ne? Kann ich irgendwie schnell dahin? Nee, kann ich nicht. Eher machen wir jetzt. Riccardo hat vor meinen Augen, äh, ungekillt. Ich finde Riccardo auch sehr verdächtig. Wo liegt denn, äh, äh, der Storage? Also, ich hab die gleiche, ähm, hier unter Admin gesehen. Also, ne? Storage. Oder Schrott. Du hast den grad gekillt, nix gesehen. Oh nein. Pass auf. Nein, ich hab die, ich hab die gesehen. Reggie, Reggie war in, ähm, Security, während ich in Reaktor war. Ja. Und als ich von Security rüber nach Reaktor gegangen bin, ist Ricci von unten einmal hochgekommen und ist sofort wieder runtergelaufen, als er mich gesehen hat. Genau. Danke, Dani, danke. Du hast auch Conan gevotet, ne? Nein. Ja. Nee, Conan ist das safe nicht. Ich hab Conan Electrical gesehen. Ja, sehr gut. Ich dachte, irgendwie diesmal passiert einfach nicht so eine Reiberei von wegen der eine schuldigt den einen an der andere umgekehrt und so. Ich hab Angst, dass das jetzt echt drei Minuten dauert, dieses Gespräch. Was ist doch schön. Yes! Ich bin kurz zurückgegangen, weil ich dachte, warte, ist Ricci da gerade zweimal hintereinander gewandet? Nein, ist er nicht, aber er war es trotzdem. Ja. Ja, ich bin ja dabei. Ja, schneller. Sei schneller dabei. Cool. Ingeniöre. Aber wo muss ich denn überhaupt hin? Da. Weapons. Wie alle jetzt einfach offensichtlich das Wenden anfangen. Oh mein Gott, vielleicht soll ich die doch wieder ein bisschen runterstellen, die Ingeniöre. Ich find's ein bisschen doof, dass die Standardeinstellung einfach ist, dass es die Rollen gar nicht gibt, so. Als ob die sich nicht irgendwie... Ach, keine Ahnung. Da wär's eigentlich schön, wenn's eine Standardeinstellung gibt, die halt die Rollen berücksichtigt, so dass es halt so ist, wie man sich das vorspielt, wie es gespielt werden soll, ne? Muss es doch irgendeine... Naja. Ich mein, die empfehlen... Oh, ich bin... Ich seh das mit der Karte immer nicht. Ja, jetzt ist nur das Licht. Das interessiert mich nicht. Das Licht tut nicht weh. Yay! Das wär wieder das Achievement gewesen. Wo wir jetzt hin? Wieder Shields. Wieder Shields. Jetzt werd ich wieder die Leiche sehen, weißt du? Oder so. Die Leiche muss ganz frisch sein. Wo seid ihr denn so alle? Ich bin... Ich bin im... Die Leiche war so frisch. Sie hat das Engel. Sie war noch... Sie war noch gerade so frisch. Wo seid ihr denn so alle? Bei der Leiche. Bei der frischen Leiche. Jetzt lasst doch erstmal den Jans sagen, wo die Leiche war. Mein Gott. Sag mal, wo die Leiche war, ja. Ich glaube, Dani ist, äh, hier, ne? In, das mit I, Ingenieur. Achso, ja. Ich hab nämlich versucht, Rob, schon war wieder in meinem Arsch, oder hinter meinem Arsch, ja. Und ich hab versucht, den abzuhängen mit einem, äh, Wendt. Deswegen hat er das gesehen. Hat übrigens nicht geklappt. Du bist auch auf jeden Fall. Entweder bist du Imposter, oder du kannst auf jeden Fall wenden. Ich bin auch Ingenieur. Ihr, 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 jetzt noch mal... Dani, ich bin das, was wenden kann. Ich hab das Gefühl, jetzt sind irgendwie alle Ingenieur, obwohl die sind ein Fünftel Prozent. Noch mal, noch mal zurück zu meiner Frage. Ja, ja, absolut. Wo seid ihr denn so alle? Conan, wo bist du denn gerade? Ich hab Conan gesehen, wie er aus dem Admin, so zehn Sekunden bevor der, äh, dein, dein Claim jetzt hier kam, äh, aus dem Admin Richtung Storage gelaufen ist und ich stand selbst eben noch im Admin. Richtig. Mir kam gerade, ich glaube, grün kam mir gerade entgegen unten. Genau. Und das letzte, was ich gemacht habe, war die, ähm, das letzte, was ich gemacht habe, war die Karte im, im Admin. Ja, also zwei, ich hab zuletzt welche gesehen. Und dann war ich bei O2 Blätter, äh, hier reinmachen, da weiß ich nicht mehr. Dani, wo warst du? Wo war die Leiche jetzt nochmal, Jan? Die Leiche liegt genau in dem Gang vor den Türen von, äh, Security und Reaktor. Ich muss mal gerade was fragen, was sind denn eigentlich die Zahlen, die grünen Zahlen bei uns? Ich glaube, die Level. Ah, okay, also völlig irrelevant. Ich wollte vom Thema ablenken, bitte weiter. Ich war nach wie vor, ich war im Admin und hab halt da noch Conan gesehen, wie er Richtung Storage gelaufen ist und war vorher... Also, Conan, du hast gesehen, wie, wie Reggie dir entgegengekommen ist in Storage von Electrical aus. Nein, nein, von, äh, Communications aus. Ja. Von Communications. Also, heute kann es auf keinen Fall gewesen sein, weil ich bin, äh, Scientist und zwei Sekunden vorher war noch niemand tot. Also, ich war mit, ich war mit Robchoo, ich war mit Robchoo relativ viel halt da rechts, irgendwie bei Shields, Navigation, Weapons. Und Riccardo, wo warst du? Ja, ich bin jetzt im Epic Store, ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. Das ist der Special Room, wenn man den findet, ist der Epic Store, sehr gut. Aber Riccardo ist auf jeden Fall am meisten Sus, würde ich sagen. Riccardo sagt halt auch nichts und er sagt nicht, dass er seine... Ähm, also nochmal, äh, hier, Dani und Robbio können sich gegenseitig klären, ihr wart die ganze Zeit rechts, ne? Also, zumindest, wenn Reggie und Connor sagen, dass sie in Communications waren, oder aus Communications kamen, dann würde ich sagen, ist Riccardo relativ safe. Haben wir aus, dass, ähm, Imposter gesehen, also gezeigt werden, nachdem sie executed werden? Ich glaube schon, ja. Ja, haben wir aus. Das sind ja zwei Imposters. Ach stimmt, wir haben ja zwei. Genau, deswegen frage ich. Aber wer ist denn, wer ist denn dann der Zweite? Also, ich würde sagen... Ja, das können wir noch nicht wissen. Wer der Zweite ist, wenn wir noch nicht wissen. Was ist jetzt passiert alles? Oh, was? Wirklich? Warum bestimmte denn nicht ab? Was ist denn mit euch? Ich habe überhaupt nicht. Egal. Ja, ja, du hast... Conan, bei dir ist alles gut. Bei dir weiß ich doch das gut. Ich bin auch fassen. Jan und Jan. Genau. Okay, so könnten... Oh, wirklich, ich, ich, ich komme nicht zu meinem Shields, das ist doch kacke. Nie komme ich zu meinem Shields. Ich will doch nur zu meinem Shields. Oha, alle auf einem Haufen. Stabil. So, jetzt gehen wir erstmal zu Electrical, meinetwegen. Es ist so verwirrend. Man würde sofort denken, okay, Jan ist Imposter, weil... Äh, Jan. Dani ist Imposter, weil er halt offensichtlicher gewendet ist. Aber er darf halt wenden. So, das ist das Ding. Gott, das ist total verwirrend mit den neuen Rollen. Weil jetzt alle... Also, das Wenden an sich ist jetzt überhaupt nicht... Oh, falsch. Das Wenden ist jetzt überhaupt nicht mehr verdächtig. Das ist eigentlich einerseits lustig, andererseits ist es auch komisch. Scheiße. Krass. Okay. Es hat nur noch ein Kill gefehlt. Was ist denn da passiert? Nein. Mein Cooldown... Also, ich war die ganze Zeit neben Jan und wollte die Person schützen, die er vielleicht killen könnte. Aber mein Cooldown war leider noch nicht abgelaufen. Ja. Ja, shit. Man, hätten wir mal ihn rausgegelt. Schade, ey. Gut gemacht, ey. Aber echt gut gemacht. Rob2, du warst... Also, ich meine Riccardo und nicht Jan, by the way. Ja, also, wenn ich in dem Jan meine, dann meine ich den der Jan ein. Ja. Gar nicht, ich werde das niemals killen. Ich war auch schon dumm und trotzdem noch zu ihr gegangen. Ich versuche mir mal kurz einen Teller an. Nudeln bis gleich. Sehr gut. Ist aber echt so... Also, es ist wirklich... Bei Rob2 sind das ja manchmal echt so Prinzipien. Der ist... Tausend Stunden stand der neben mir. Hatte drei Fulldowns, glaube ich. Hat mich da trotzdem nicht gekillt. Auch eine gute Chack. Ich war schon kurz davor, bei euch beiden zu bleiben. Und hab dann aber gedacht, dass ihr beide vielleicht Impostor seid und euch gegenseitig gekleert habt. Aber ich war mir bei Riccardo eigentlich relativ sicher. Ja. Aber es haben halt nicht genug Leute ihn gevotet. Leider ja. Leider ja. Wer war jetzt eigentlich alles Ingenieur? Ich. Ich nicht. Ich auch? Ich war Scientist. Ich auch. Also, ich war auch Scientist. Also, wie viele Ingenieure hatten wir? Äh, ich war auch Ingenieur und, ähm, ich find's interessant. Ich dachte nämlich, man kann nur eine Rolle haben, aber, äh, scheinbar kannst du Ingenieur sein und dann trotzdem Schutzengel werden. Ja, ich mein 20%. Ah. Ja gut, ich mein, deine Rolle hört sich auf. Du bist ja unabhängig auch. Ja, voll, genau. Ja, 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 genau. Ich dachte nur, ich dachte nur trotzdem, dass es da vielleicht irgendwie eine Abhängigkeit voreinander gibt, aber scheinbar nicht. Ist ja cool, dass das geht auf jeden Fall. Aber vielleicht stelle ich die Wahrscheinlichkeit mal runter, weil das scheint mir doch ein bisschen oft zu passieren mit den Rollen. Aber ist das so schlimm, dass da zu viel passiert ist? Ich finde, die, also, wenn es irgendwann solch egal ist, lass ich's so. Also, jetzt mit den zwei Impostern, denke ich, ist das doch cool auch. Okay, okay. Also, keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Aber ich muss gestehen, ich trau mich als Ingenieur, ihr wendet alle einfach wie wild durch die Gegend. Ich trau mich als Ingenieur irgendwie noch nicht zu wenden, weil ich ständig immer sowieso als das gelte, wenn ich irgendwas mache. Dann versuch's doch mal. Ja, wir können auch noch fünf Minuten warten, bis Nico dann da ist. Ach, wir können auch eine Runde los, wir machen eine Runde noch. Okay, wir machen noch eine Runde. Einer geht noch. Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Cyan, was hat das du vorhin gesagt? Wenn ich den Poster ben, kill ich so vor. Weiß ich nicht mehr. Okay. Oha. Okay, fast. Wenn jetzt, wenn er jetzt rausfliegt, hab ich natürlich wieder mein übliches Problem, ne? Das ist das Ding. Okay. Oh, okay. Wir gehen mal gleich los. Soll ich's probieren? Okay. Ich mein, wir haben beide gecleared. Keine Ahnung, ob das jetzt, ne? Je nachdem, wo man herkam. Oha. Ich hab' ich doch hoffeln, Conan. Ist Conan uns nicht gerade... Ah, nee, Conan hat mit uns Reaktor gemacht. Nee, nee, nee. Und der ist dann nach oben gegangen, glaub ich, ne? Ja, ist er. Das richtig. Ich hab' noch nix gemacht, ich bin jetzt gerade am Amonga-Suchen. Ich dachte, du wärst wieder rausgeflogen. Jan ist immer noch, Jan sag ich schon, Ricardo ist immer noch im Spezialraum unterwegs, einfach. Also ich kann... Installationspfad wählen, okay. Autor, nein, bitte nicht. Ähm... Ich kann Reggie... Ich kann Reggie... Ja, mach mal... Lass uns mal, ne? Lass mal ein bisschen strukturierter, Leute. Okay, klären. Fangen wir doch mal normal an. Wo war denn die Leiche? Die Leiche war... Lass doch mal Xehan erstmal... Ja, stimmt. Die Leiche war... Okay, Xehan, wo war denn die Leiche? Xehan, du kannst mich nicht klären, bevor du weißt, wo die Leiche ist. Wir waren 70% der Runde zusammen. Ich kann nicht sehr wohl klären. Die Leiche war übrigens Lower Engine da, wenn man vom Reaktor runterkommt. Dann kann ich dich erst recht klären, wir waren die ganze Zeit rechts. Da sind Dani und ich gerade hingelaufen. Exakt. Boah, das geht nicht schnell. Also ich glaube, ich kann tatsächlich... Okay, dann muss der Tod aber passiert sein, bevor... Ne, dann nachdem ich zum Reaktor bin. Kann der der Reaktor... Weil ich bin von unten zum Reaktor gekommen, als der ausgelöst wurde. Und da lag noch niemand. Vielleicht ist es interessant, ich habe den Reaktor... Ich war im Navigation oder Weapons oben, als der Reaktor ausgelöst wurde. Und ich bin Wissenschaftler, ich habe diese Health-Anzeige... Warte mal, wer klärt sich gerade gegenseitig? Xehan und Reggie, ne? Ja. Wo wart ihr? Lass mich da mal ganz kurz dran anknüpfen. Das ist ja vielleicht dafür ganz interessant. Ich habe Jan, beziehungsweise halt Riccardo, Cafeteria stehen sehen. Er hat sich offenbar keinen Millimeter da weg bewegt. Könnte natürlich Imposter sein, hat aber definitiv in der Runde nicht gekillt. Ich glaube, er installiert einfach gerade. Ich bin rechts von Navigation dann halt zum Dings gegangen. Und so in der Cafeteria, als ich Riccardo da habe stehen sehen, habe ich die Vitals nochmal gecheckt. Und da lebten noch alle. Dann bin ich halt über Upper Engine in den Reaktor oder wollte zum Reaktor. Der war dann fertig. Und da bin ich mit Jan runter und habe dann die Leiche da liegen sehen. Das kann ich alles bestätigen. Das heißt für mich, Jan kann es nicht sein. Also Jan und Jan, beide Jans. Und Conan ist nach oben über Upper Engine dann wieder abgearbeitet. Ich glaube, also Conan hat den unteren Reaktorteil gemacht. Und ich glaube, der Cooldown fürs Killen wäre noch nicht runter, bevor er zum Reaktor gekommen ist. Weil der Reaktor kam ja ziemlich früh in der Runde. Ja, aber... Conan könnte, wenn dann, gekillt haben und dann zum Reaktor gegangen sind. Ich glaube, er hätte da noch Cooldown auf Kill gehabt. Genau, weil irgendwo muss da eine Lücke sein. Weil wie gesagt, Reggie und ich waren beide bei Navigation gewesen, als der Reaktor gecallt wurde. Wir sind da beide untenrum in die Richtung gegangen. Aber als wir auf höhere Kommunikation waren, war das schon vorbei. Ihr wart doch beide nicht Navigation. Da war ich ja auch. Nein, da warst du schon weg. Ich bin mir sicher, dass die zwei Imposter sich gegenseitig clearn. Ja, davon kannst du ausgehen. Wie ein Teelicht. Ja, ja. Und die einzigen beiden, die sich clearn und die niemand anders gesehen hat. Ich bin halt Reggie und Xehan, das ist schon wahr. Ne? Ja, ich hab dich auch nicht gesehen, Dani. Ich muss aber auch fairerweise zugeben, ich war der Ingenieur. Du musst ihn aber nicht gesehen haben, weil Dani können wir ja klären. Ich bin nachher richtig reingewendet, also. Ja, keine Ahnung. Scheiße, Mann. Geburtsdatum eingeben. Also ich kann sagen, ich bin's nicht und ich bin mir sehr sicher, dass Xehan auch nicht ist. Mittendrin wird einfach weiter installiert. Also vielleicht ist das aber nicht. Er hat nicht diesen Kill gemacht, auf jeden Fall. Ja, es ist mir doch egal. Solange ich nicht Imposter bin, ist doch egal. Ach. Hat schon wieder angefangen, sorry. Solange ich nicht Imposter bin. Aber ist ja gut, wenn er's so sagt. Oh, schon. Okay, das muss jetzt er gemacht haben, weil ich war's ja nicht. Das ist interessant. Ey, Udo, was geht? Jo, wir sind gerade im Spiel. Aber du kommst uns gelegen. Äh, dann... Ne, dann mute ich erst mal. Nico ist am Start. So, ich kann jetzt so nicht killen, weil, ne, ist halt schlecht. Oh mein Gott. Kollegah ist der Imposter. Oh mein Gott! Conan, hast du das auch gesehen? Ich hab das auch gesehen. Okay. Also Conan und ich haben gerade Riccardo, äh, beim Obju können sehen. Oder war's da nie? Einer von beiden. Weißt du, ich frag mich nur gerade, ob's halt Formwandler gibt. Ja, das frag ich mich auch. Weil das waren... Also ich find... Ich find nur, es war ein ziemlich deutlicher Kill. So nach dem Motto, mir scheißegal, ob mich jemand sieht. Aber ich weiß es nicht. Also, Stand der Dinge ist, wir haben gesehen, wie Riccardo jemanden killt. Richtig. Ob's jetzt der echte war, ist in Frage zu stellen. Richtig. Aber das kann man jetzt... Es war Dani, der in der Runde gestorben ist, oder? Ja. Okay. Ja, ich hab mir immer noch... Ich bin mir immer noch sicher, dass es Xehan und Reggie sind. Also Xehan kann ich insofern clearen, als dass halt er jetzt nicht vor meinen Augen gekillt hat. So, das... Also ich weiß auf jeden Fall, dass Xehan wenden kann. Punkt. Okay. Mehr kann ich nicht sagen. Okay. Das ist richtig. Ich kann wenden. Das gebe ich offen zu. Aber deswegen kann es trotzdem noch Reggie sein. Also, keine Ahnung, ne? Ja, ich kann auch wenden, aber ich weiß es ja noch nicht. Ich war auch die ganze Zeit bei Rektor in der Gegend. Okay. Also ich kann Reggie nur für den ersten Kill klären. Also es könnte natürlich sein, dass er der Formwandler ist und das jetzt war, aus irgendwelchen Gründen. Können wir Reggie klären? Aber es kann auch sein, dass er einfach Riccardo war. Also Xehan, du weißt ja, dass ich jetzt nicht war, weil ich eben die ganze Zeit mit dir war. In der ersten Runde, ja. Aber in der zweiten Runde kannst du ja trotzdem den Kill gemacht haben. Es gibt zwei Impostor. Ja, aber dann müsstest du der andere Impostor sein. Warum? Weil wir uns eben gegenseitig geklärt haben. Das ist doch völlig irrelevant. Ne, wieso? Es gibt zwei Impostor. Es könnte doch sein, dass du ein Impostor bist und jemand anders ist dein Co-Impostor und der hat den Kill gemacht. In der ersten Runde. Achso. Ja, okay. Ihr habt euch gegenseitig geklärt, aber wenn einer von euch Impostor ist, kann ja der andere Impostor gekillt haben. Wir haben uns nur für den ersten Kill gegenseitig geklärt. Ja, ich weiß. YNF, oder? DTV. Ja, ja, kann sein. Ähm. Aber du bist doch noch, du bist doch noch, hä? Das ging relativ schnell, das Installieren. Äh, mal die Frage, wo war eigentlich jetzt die Leiche? In Edmund. In Edmund. Also, er wurde vor unseren Augen getötet, so. Ja, okay. Und zwar von jemandem, der wie Riccardo aus, also wie YN aus, also, ne? Wie die Person, die im Spiel YN heißt, aussah. Genau. Also, ich würde eigentlich sagen, es kann sein, dass wir uns nicht gegenseitig klären, aber ich weiß, dass das Xehan ist, äh... Also, ich, ich beblöde, doch, sie können sich immer noch klären, scheiße. Ist, ist, ähm, Xehan clear oder confirmed? Also, für diesen Kill, für diesen Kill ist Xehan clear, weil er nicht vor meinen Augen gekillt hat. Der war zu weit weg, um den Kill zu hören. Also, wenn Reggie für den ersten Kill, dann ist andere Poster. Wir müssen übrigens jemanden voten, oder? Ich kann Reggie für den ersten Kill klären und Condon für den zweiten, merke halt, dass ich mich sagen. Wir müssen, wir müssen übrigens voten, ne? Also, wen, wen sollen wir voten? Ach, scheiße. Ich hab Reggie gevotet. Okay, dann will ich auch Reggie. Warum, warum votet ihr jetzt Reggie, hä? Weil er zweimal das Respekt ist. Das ergibt keinen Sinn. Ich, ich bin Conan. Ich vote, ja, okay, das ergibt keinen Sinn, wie er abstimmt. What, what the fuck? Hä? Respekt an den Impostor. Das ergibt keinen Sinn, wie er gerade abgestimmt hat, what the fuck? Ich muss da irgendwen abstimmen, tut mir leid. Also, ich find's gut. Conan ist der andere. Ja, Conan war der andere. Hey. Nice. Der hat sich doch bewegt? Okay, okay, okay. Er hat für einen den Kill sich kurz bewegt, ja. Ich hab, ich hab da nie vertraut, dass er sich einfach nicht bewegt hat, die gesamte Runde. Okay. Die erste Runde hat er sich auch nicht bewegt. Ja, also, ich glaube, er hat, ich glaube, er hat zwei Sachen gemacht. Er hat einmal den O2 gestartet und er hat einmal den Kill gemacht. Genau, weil Conan konnte den... Ich hab nur nicht, ich hab nur nicht verstanden, warum wir... Sorry, Jan, wir haben still. Ich hab nur nicht verstanden, warum wir alle auf Reggie plötzlich gesprochen haben. Ich auch nicht, aber als Jan gesagt hat, er hat Reggie gevotet und dann natürlich Riccardo mitgevotet hat, hab ich ihn auch rausgevotet. Genau, und dann hat er irgendwer mitgevotet und dann dachte ich so, hä? Wer hatte den? Für mich war's halt, ich fand von Anfang an Reggie und Xehan sass, weil Conan konnte es nicht gewesen sein und, also, Riccardo war halt für mich nicht da, der war AFK für mich. Ja, und Conan hast, du hast den ersten Kill gemacht, oder? Ich hab den ersten Kill gemacht. Ja, siehst du? Das war nämlich ne komplett, das war nämlich ne komplett falsche Annahme, dass Conan Kier ist. Okay, dann hab ich falsch gec... Ich dachte, der Cooldown wär zu hoch gewesen, dass er den nicht killen konnte, bevor er zum Leer-Kirsch gekommen ist. Aber ich dachte, den ersten... Aber ich check das mit dem Cooldown nicht, also... Du hast 30 Sekunden Cooldown am Anfang, bevor es losgeht. Nein. Am Anfang hast du den 10 Sekunden, danach danach 30 Sekunden. Ach, so. Ich dachte, du hast 30 Sekunden, bevor du... Nein, den hast du nach dem Kill, den 30 Sekunden. Ah, okay, dann... Conan, du hast den ersten Kill gemacht auch. Bitte? Conan, du hast den ersten Kill auch gemacht. Ja. Ja, dann kann das gewesen sein. Ich bin von 30 Sekunden. Ich hab den Kill gemacht, dann bin ich zum Reactor mit euch gecleared und dann habt ihr die Leiche gefunden. Ich dachte, ihr und ich haben niemals etwas falsch gemacht. Wir haben uns einfach nur gegenseitig gecleared mit zwei Besatzungsmitgliedern. Ja, my bad, my bad. Sorry, meine Argumentation beruhte darauf, dass der Kill-Cooldown am Anfang der Runde 30 Sekunden sind. Nee, tatsächlich, am Anfang jeder weiteren Runde, also nachdem Meeting gecallt wurde, ist er 30 Sekunden dabei. Ah, okay, okay, okay. Der erste Kill des Spiels kann nach 10 Sekunden gemacht werden. Okay, dann hab ich Conan, dann war das my bad gerade, sorry. Conan, wie oft willst du eigentlich noch im Poster sein? Das ist ja wunderbar. Ich find's gut. Ja, ich find's richtig. Danke. Ich war bisher erst ein einziges Mal... Und Nico ist da. Hallo. Ich bin auch gar nicht. Achso, ja, hi, Nico, ne? Hallo. Ja, hi, sag mal, ich hab das nicht mehr gespielt, seitdem ich das letzte Mal in der Aufnahme dabei war und ich hab keine Ahnung, was Scientist, Guardian, Angel und der ganze Graf... Lässt sich ganz schnell erklären, ist gar kein Problem. Okay, dann ist das normal, dass wir es erklären. Der Ingenieur kann einfach zusätzlich wenden mit einem Cooldown. Okay. Das heißt, wenn du Ingenieurrolle hast als Besatzung, kannst du halt zusätzlich den Wendt nutzen. Hast dann aber die weiße Sekunde cooler. Wenn du Scientist hast als Besatzung, kannst du portabel sozusagen des Vitals öffnen. Vitals? Okay. Ich kann mich irgendwie nicht anmelden. Und ich kann deswegen auch nicht irgendwie... Weil du noch on... Also du bist noch drin mit deinem iPad-Account, schätze ich mal. Du bist noch hier. Ja. Du wirst dich erst mal abmelden müssen, bevor du dich neu anmeldest. Du kannst... Es können wahrscheinlich nicht zwei Leute... Ich habe jetzt einfach nur zwei Konsolen irgendwie spielen. Es können nicht zwei Leute mit dem selben Namen in den selben Raum. Das ist das Problem wahrscheinlich. Nein, ich habe kein Konto auf dem PC, deswegen... Ja, du musst dich doch erst mal mit deinem Konto am iPad abmelden und mit dem am PC anmelden. Nein. Nein, du kannst dir eigentlich ein Konto anlegen. Das fragt er dich eigentlich, wenn du das Spiel das erste Mal startest. Du kannst die verknüpfen, ja. Wenn du das Spiel das erste Mal startest, fragt er eigentlich, ob du ein Konto anlegen willst. Genau, du kannst die verknüpfen und dann sagen, am PC ist das Hauptkonto oder halt andersrum. Und dann gibt es noch, wenn du stirbst, kann es passieren, dass du zu so einer Art Engel wirst und dann kannst du jemanden schützen. Das hat bei uns noch nicht so gut funktioniert. Aber theoretisch kannst du dann als Engel jemanden schützen vor einem Kill. Du kannst ihm so ein Schutzschild verpassen, der so zehn Sekunden hält. Mhm. Hat wie gesagt bei uns noch nicht funktioniert. Bisher waren wir Timing-technisch, haben es nicht hingehauen. Du wirst es schon auch sehen einfach. Genau. Okay, und Shapeshifter? Das ist das Beste. Wenn du Imposter bist, kannst du die Rolle Shapeshifter haben und kannst dich für eine gewisse Zeit in jemand anderen verwandeln. Ah, okay. QuickChat hier ausmachen, damit ich auch joinen kann. QuickChat ist nicht an. Ja, eben. Dafür musst du QuickChat an. Nee, das kannst du in deinem Profil-Settings umstellen, dass du auf QuickChat an willst. Ich habe ja kein Profil auf dem PC. Ja doch, du hast immer eins. Du musst neues Profil anlegen, klicken. Dann legt er ausmachen. Das ist im Titelbildschirm irgendwie. Das klingt doof, du legst damit aber kein richtiges Profil an, sondern nur Among Us. Zurück. Das haben die doof gemacht, finde ich, by the way. Ja. Ja, wo kann ich das? Einstellungen oder wie? Ich weiß es nicht. Du gehst auf Account und dann... Genau. Bei mir ist das eine fette eigene Einstellung im Titelbildschirm. Links oben im Titelbildschirm steht Account. Ja, aber da steht Konto. Da steht... Genau, Konto. Anmelden, Auflagen, zufälliger Name, Konto-ID, Anzeigen und das war's. Genau. Also, ja, dann... Genau, und da müsstest du irgendwo Einstellungen haben. Ja, oder du lässt an deinem iPad einfach mal die Konto-ID anzeigen und übernimmst die halt über den PC. Ah, okay. Können, läuft der Part eigentlich noch? Ja. Dann können wir jetzt auch nicht nochmal wieder... Wir sind jetzt bei 40 Minuten. Wir können auch kurz pausieren und dann warten, bis alle wieder ready sind. Wir können auch in Inferi-Manier anfangen, Stadt, Land, Fluss zu spielen oder so. Hey, wir können, während wir alle schweigen sollen, Stadt, Land, Fluss spielen. Und jetzt in Feri. Das wär's. Oh, tschüss, Jan. Jan hat mich verlassen. Genau. War nett. Der erste Ricardo ist raus. Ja, ich möchte mich anmelden. Ja. Alles gut. Link-Account. Nee. Ich hab keinen Account. Dann mach dir einen. Wenn du sagst, du siehst eine Konto-ID, dann hast du ja einen Account. Siehst du am iPad eine Konto-ID? Äh, am iPad, ja. Die ist aber anders als die am PC. Ja, natürlich. Kannst du mal ein Bild machen von der Einstellung, die du da siehst? Du gibst ja am PC dann die ID ein, die du praktisch jetzt am iPad hast, dass du die Konten verknüpfst. Weil es ja das gleiche Konto ist, was du nutzen willst. Warum funktioniert das nicht, als Gast zu spielen? Weil, äh... Ich hab das Problem auch noch nicht verstanden. Das kann man eigentlich umstellen, dass man halt Free-Chat oder halt normalen Chat haben muss. Ja, aber der Raum ist auch Free-Chat. Deswegen kannst du nicht joinen, wenn du nur Quick-Chat machen willst. Ja, ja, genau. Genau, ich weiß aber, das kannst du eigentlich in deinem Profileinstellung ändern. Genau. Ich weiß nur gerade nicht, wo das geht, ey. Gekado, mach mal ein Bildschirm ertragen. Ich würde sagen, ich beende kurz den Part und wir sehen uns wieder, wenn alle wieder da sind. Du hast ihn immer noch am Laufen! Jetzt ist das doch spannend gerade. Jetzt wird es doch gerade erst richtig spannend, Colin. Jetzt lass das doch. Ja, wir können es auch laufen lassen. Die Zuschauer wissen ja dann, ob noch was kommt oder nicht. Das wollen die Zuschauer doch sehen. Hören. Wir sind hier nicht bei den Feri. Was ist so gut wie im Black Screen? Ich bin gleich hier aus dem Raum raus, also... Ja, eben, deswegen. Also ich denke, wir sehen uns einfach wieder in der nächsten Folge. Dann mit acht Leuten, wenn alles gut geht. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und tschüss. 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 Na runter, na runter, na runter.